Hi, hallo zusammen, servus, hier ist euer Dr. Gregor Berg von Dr. Berg Tiernahrung. Heute ist wieder Donnerstag, ruckzuck ist die Zeit rumgegangen. Und heute ist ein ganz besonderer Donnerstag, nämlich Silvester, der letzte Tag im Jahr. Und Silvester ist ja immer so ein Tag, an dem man so ein bisschen das alte, fast vergangene Jahr Revue passieren lässt. Und in den allermeisten Fällen aber, so ist mein Eindruck zumindest, von vielen Menschen negativ. Also man schaut nochmal an, was man Fehler gemacht hat und was man im neuen Jahr alles ganz anders machen will. Und das war schlecht und ich hätte mehr so und ich müsste mehr das. Und ganz, ganz viele Sachen legt man sich da so als Last auf die Schulter. Und da gibt es einen Spruch von Lothar Matthäus, wäre, wäre, Fahrradkette. Ich glaube, das ist alles nicht so wichtig und nicht so schlimm, wie man denkt. Sondern es ist ganz normal, dass wir Fehler machen. Jeder macht Fehler. Wir versuchen uns, neue Lebensräume zu erschließen, unsere Lebensumstände zu verbessern. Das liegt in der Natur des Lebens an sich und so auch bei uns Menschen. Das heißt, wir machen Fehler, viele Fehler auch. Es ist nicht wichtig und es ist auch ganz weltfremd zu denken, dass wir Fehler vermeiden könnten. Es geht vielmehr darum, aus den Fehlern zu lernen und ein Ziel zu haben, für das es sich wirklich lohnt. Das sind die Sachen, die ich euch heute mal mit auf den Weg geben will. Also nicht immer nur zurückschauen und sagen, hey, was hätte man alles anders machen können und was ist alles schlecht gelaufen. Gar nicht, sondern es sind auch viele, viele Sachen ganz, ganz gut gelaufen. Und in jedem Jahr bei mir und auch bei euch, bei jedem Einzelnen von euch laufen jedes Jahr Sachen ganz, ganz toll. Und man kann jedes Jahr dankbar sein für Sachen und für Menschen, die im Leben sind oder Situationen, die man erlebt hat. Und nicht vergessen, wenn man so immer wieder, manchmal ist man in so einer Mühle drin und denken. Und vor allem dieses Jahr, wenn ich so die letzten Wochen, Monate irgendwie die Zeitung aufgeschlagen habe, dann stand halt sehr viel Negatives. So war zumindest mein Eindruck. Zum Beispiel, ja, Deutschland hätte mehr so und Deutschland hätte weniger so und man hätte schneller dies oder man hätte langsamer das. Oft ging es da auch um ein und dieselbe Sache. Den einen ging es nicht schnell genug, den anderen ging es zu langsam. Ich hatte so das Gefühl, im Grunde hat die Bundesregierung auch irgendwie gar nichts richtig machen können, oder? Und klar, ich habe meine persönliche Meinung auch zu vielen Sachen, aber es geht, das sind oft auch Dinge, die einen nicht weiterbringen, wenn jeder einfach nur seine Scheiße raushaut und sagt, hey, das ist irgendwie schlecht gelaufen, das ist schlecht gelaufen und das ist schlecht gelaufen und es ist alles so schlimm und alles so schlecht. Besser machen einfach, besser machen, dranbleiben und oft ist es so, dass diese Leute, die so viele negative Sachen verbreiten, erstens Menschen sind, die generell einfach auch schlecht drauf sind, die in ihrem Leben auch vorher nicht glücklich waren und jetzt einfach die Sachen oder ihr Unglück auf äußere Umstände schieben, die Menschen sind, diese Menschengruppe ist es, es sind diese Umstände, es ist diese Krankheit, es ist diese Regierung, alles ist irgendwie schlecht, aber ich bin überzeugt davon, dass auch wenn man das alles ändern würde und alles so machen würde, wie die es gerne hätten, dass auch dann immer noch keiner von diesen Leuten glücklich wäre. Und das ist eigentlich der Punkt, worum es eigentlich geht, oder? Und das ist die eine Sache, dass es Leute sind, die generell sehr negativ sind oder in sich selber kein Glück fühlen können oder sich unfähig fühlen, glücklich zu sein vielleicht auch, das ist die eine Sache. Und die andere Sache ist, dass viele Menschen auch Dinge sagen, um uns alle zu beeinflussen. Also, hey, ich möchte, ja, es wäre ganz, ganz wichtig, dass die Leute Turnschuhe tragen. Ja, aber wenn es jemand sagt, der selber Turnschuhe verkauft, dann hat das immer so ein bisschen so einen Beigeschmack, oder? Also, mir kommt das zumindest so vor. Und bei ganz, ganz vielen Wortmeldungen im Internet, in den Zeitungen auch, oder auch, ja, so im direkten Kontakt, höre ich halt ganz oft auch so eine Richtung raus, in die man mich drücken will, oder in die man uns alle drücken will. Und das ist nicht richtig. Ihr wisst ja, ich bin da eher positiv eingestellt und sage, hey, wir leben in einer ganz, ganz tollen Zeit. Wir leben in einer ganz, ganz tollen Zeit. Und wir haben allen Grund dazu, glücklich zu sein und dankbar zu sein für ganz viele Dinge, die wir haben und die andere nicht haben. Das vergessen viele. Auch in diesem Jahr. Auch in diesem Jahr. Und letztes Jahr, äh, letzten Donnerstag am Heiligen Abend, habe ich euch von Karl-Reimund Popper erzählt. Und heute Morgen habe ich da nochmal reingeschaut. Und mit Anfang 20 habe ich ganz viel von dem gelesen. Und heute Morgen eben nochmal, weil ich dann irgendwie über das Video nachgedacht habe. Und da ist mir ein Satz oder eine Passage aufgefallen. Weil da ist nämlich auch jemand, der immer sehr, sehr den Fokus auf diese positiven Sachen hatte. Und manchmal verbeißt man sich so in diesen Details und sagt, oh, das gefällt mir nicht und das gefällt mir nicht und das ist schlecht für mich. Aber wenn man ein bisschen rauszoomt und so mit einem zugekniffenen Auge so über die Welt schaut, dann sind viele Sachen gar nicht so dramatisch, wie sie sind. Oder das ist zumindest das, was ich so sehe. Und deswegen, die Passage habe ich hier dabei. Das ist aus seinem Buch Auf der Suche nach einer besseren Welt. Und es sind wenige Sätze und die möchte ich euch gerne nochmal vorlesen. Und dann gehe ich was essen. Ich habe nämlich richtig Kohldampf. Also die erste, also Karl-Reimund Popper habe ich beim letzten Mal kurz angedeutet. Das ist ein, oder war ein Wissenschaftsphilosoph auch und hat sich viel über wissenschaftliche Arbeit und wissenschaftliches Denken, ja, Gedanken gemacht. Und das hinterfragt und war da sehr, sehr menschlich und hat diese menschliche, positive Seite des Lebens immer so rausgekehrt. Und das ist so der Hintergrund, den er hatte. Und vor diesem Hintergrund eben auch diese Passage jetzt hier. Die erste Zelle lebt, nach Milliarden von Jahren, noch immer. Und jetzt sogar in vielen Trillionen von Exemplaren. Wo immer man hinblickt, dort ist sie. Sie hat aus unserer Erde einen Garten gemacht. Und durch die grünen Pflanzen unsere Atmosphäre umgeschaffen. Und sie hat unsere Augen erschaffen. Und sie für unseren blauen Himmel und die Sterne geöffnet. Es geht ihr gut. Alles Gute für euch. Ich wünsche euch einen ganz, ganz tollen Rutsch ins neue Jahr. Ich hoffe, ihr könnt euch auf die Dinge besinnen, die gut laufen auch bei euch. Und da gibt es bei jedem ganz, ganz viele Sachen. Da bin ich überzeugt davon, das weiß ich. Ich freue mich auf ein neues Jahr 2021 mit euch zusammen. Alles Gute. Euer Dr. Gregor Berg von Dr. Berg Tiernahrung. Macht's gut. Bis dann. Ciao. Servus. 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 Servus.